aber ob wir da irgendwo vorbeikommen sind natürlich nicht so doch nicht die, alter, die Wax ne? äh, nein, nicht die Wax du hast jetzt ernsthaft ne, hab ich nicht oder kann man da irgendwie hoch springen? ne, kann man nicht, aber hier ist so ein Trüchchen oh, wir waren doch schon mal hier ist die da oben nicht? nein ah, guck mal, hier ist noch ne Truhe aber hier waren wir auch schon mal, ich glaub, hier ist noch ne wiederholte wieder ja, hier sind Waffendonner ja, ist meistens wiederholt aber billig scheiß ich hab jetzt noch mal eine billig genommen, weil ich nicht so viel Dreck machen will ich hab noch viel Platz elf, ne, lohnt sich nicht bei mir mhm, wie soll das? ja guck mal rein mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen ah, ich bin Panzer ja, weiter, du Panzer Panzer warte mal bevor wir weitlaufen ich glaube nein, 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 die Bully Mox die Bully Mox sind das aber ich will nicht so weitlaufen, weißt du, warum guck mal wie sie sind ja, ich weiß ich bin auch noch da runter ja, aber das sind die Fossi Viecher hier, weißt du? ja ja mach du mal rein ich bin hier oben hat aber nicht gezählt ne, du musst ja auch eine Handvoller Schrot ich weiß nicht, was er für Projektile meint, aber ich weiß gar nicht, was der von mir will, jetzt ernsthaft weiß ich nicht wahrscheinlich die falschen Viecher ne, die sind im Unkreis ne, dann steht der da, stimmt so na gut, ich komme mal runter so warte mal ähm willst du uns verarschen? die Küssen wo waren die denn? ne, ein Projektile schieß 40 Viecher Projektile ab, hä? ach, äh von wenn die werfen Centos ach, wir sollen die ja, hab ich aber jetzt auch erst gecheckt, dass das ah, YOLO ach guck, wir sind gleich hier, können verkaufen wir sollen diese Schnee Bälle, ja auf, ja, schießen naja so, erstmal direkt oh, warte mal, da sind noch Schilder, die ich nicht brauch den brauch ich nicht, den brauch ich nicht, den brauch ich nicht den nehm ich bei der WELF Nen anpassungsdings hab ich ähm das ist auch gar ein Spender, oder? das ist ja gerade Spender na, gerade schon ich warte auf dich also, hallo warte mal ich habe nur Munition 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 das ist doch kacke kaffee kommt steht daumen okay eins habe ich zwei habe ich drei haben okay jetzt war es gibt gas die gas macht macht kalt macht kalt was soll denn jetzt töte weitere ständer für zhalte warum an der lange weile ist doch egal wir haben gerade hier vor uns deswegen und so weit fahren trotzdem ein bisschen ständer vor so er ständer für zahlter hatte es gibt eine will jetzt in oktober kommt und zwar im weltteil neues spiel ich kann mir jetzt sehen reisen ich will reisen habe ich gesagt oder wir können die quest abgeben wir können die vom dock abgeben kann sein ja kann sein ja kann sein ja denk sogar auch glaube ich was am schwarzen brett wieder äh so irgendwie habe ich gerade einen sichtfehler gehabt einen gesichtsfehler den hast du jeden Tag ich stand oben und dann habe ich von unten nach oben geguckt irgendwie was machst du hallo was machen sie da machen sie da du sollst sie nicht poppen du sollst sie nur wohl lassen komm ey ohne witz du belästigt doch nur die menschen da was du lässt das die alte belästigt doch nur die menschen ja so wie du guten tag doch was genau wir kriegen eine waffe jawohl wie schön gleich noch reingucken ja komm gleich yolo hast du dir auch bekommen ja okay hat zum hauen ist sie so die haben wir nachher nachher von es anpassen genau obwohl der knieb auf wobei ich sagen können wir sagen wo mein schon weil ich auch ein bisschen was neues bekommen schützt unterhalb bäuer alter nicht das wenig in der war neu denn da war ich doch schon ja das anbieterin ist hässlich das sind wir was haben wir ein kopf ne laut und stolz geht das nix skill punkte zurück laut und stolz ja die habe ich auch solche komischen lieder klamotten ich hatte ja irgendwie noch Token zu vergeben könnte ja habe ich auch noch das trifft sicherheit ja möglicher elementareffekt ist immer geil maximale gesundheit zack Token tanker habe ich gerade bekommen Token tanker aus aus ich gehe nach marcus nach marcus die kann weg und mit der sniper das nervt mich die weg was hat denn für eine sniper hier in der 87er was kostet die führung an der oh du müsstest auch level 11 sein ne? ja weil ich heute ne quest abgegeben hab also das ist gut guck was die schrubwinde sagt und ich mach das achso psycho du bist kacke ach bist du ein bisschen psycho? ne yay yay wir feiern jetzt alle ne party mhm waffenwechselgeschwindigkeit mal sehen feurater zück äh ja ich wollte jetzt hier nochmal hier gucken ich hab 5 kanaden raketenwerfer schrotti ich hab mir noch nicht sniper erhöhen haben wir sowieso so wenig munition von was für höchst du jetzt? ich hab grad die sniper erhöht ne ja das zählt ja für uns beide ne ja das kommt gar nicht ähm die nö ne ne wo ist das denn? oh granade granaten schande 33 radios 770 und zündungszeit 1,2 besser als meiner sagt komm mit mit kaufen wie alt schmitten den dt den denn mann legen ich hab ja auch nur ein misdhoffen g weg ballert er schon wieder kann er so nicht lassen nur am nerven ich hab grad ein iridium geholt ein weifel alter ich brauche auch keins kaufen mehr ja was nehmen wir denn was nehmen was du hast versuche irgendwie rucksack zu kriegen das hat oder taschen ich glaube da haben wir noch nicht das ist gut dass mal ein sniper neu hat komm ich höhe vom sniper auch noch mal ich hab er ruhig schon besser als geld gekriegt ich glaub die hatte ich schon was hast du jetzt an sniper wie viel munition ein 60 53 okay ich spiel grad noch mal deswegen noch mehr kohle kann weg nur noch kohle kann weg eine waffe doch mit der waffe geht's er hat ein schönes sniper das ist geil das ist besser als meine waffe ich bekommen habe weil alle geschwindigkeiten schlechter schönes sonst können wir hier wieder komm ich spende wieder geld hier und spinn immer geld und spinn immer verkaufen würde ich sagen schaffen wir wohl noch oder was ich weiß nicht weil das Problem ist Borderlands ist einfach affig groß ja ich weiß mit knapp ja das ist affig groß ist es auch sonst würde ich sagen machen wir uns halb auf die richtung beenden wir viele noch würde ich sagen ja oder beilen schon mal in die richtung hast du auch so ein gelbes gewehr ja ich hab zum kurzes ich hab nicht das was du hast wie viel schaden ich bin mit dem schaden machst du ähm 94 na komm 95er zum kurzes ist es meins ich hab das gekriegt gehabt ja hinten aus dem automaten nein ich hab's gefunden gehabt achso ich hab's aus dem automaten bekommen ne wie so ein Tansom Jack katz maul fischkopf katz maul mh 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 n tot qupa mh 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 Hauptschuss 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 Wahresitz Kinder mal kurz auch einsammeln Okay Ach Diet Ist das Sinnig Geld Jetzt nehm ich auch noch was Ja alles öffnen Ja Ja ich komm gleich Ich hole nicht Leute nochmal kurz die Schränke da oben Ja Kleinkram Also manchmal Kleinkram dann denke ich auch immer so Ach Scheiß drauf Ja Aber wenn wir uns jetzt um Waffen Für 100 oder 200 Dollar da oben Aussuchen das ist auch ein bisschen blöd Hi Komm fahr Siehst du überhaupt noch was? Hm Wenn wir nicht schießen Ah ja ich sehe genug Ah ja Ich sehe genug Siehst genug So jetzt weiß ich jetzt hab ich ein Problem Ich weiß grad nicht Wolland eindeutig hier Ja Ja Vielleicht dürfen wir kämpfen Wenn wir über die Bucke sind Oh scheint so Oder? Wie ist das so? Die kämpfen dann gesagt? Ja da Kämpfen wir noch ne Runde ne Mit der neuen Waffe Ah boah Ah boah Ah der Sensor gegen Okay da steht auf jeden Fall dabei Boah was ist das mit auch was? Boah was ist das mit auch was? Halt doch mal stark Ja Resistenz alter Dampf stark Das Problem ist wir haben nur Feuerwaffen Nein hab ich nicht Trotzdem hab ich nicht so gute Waffen dann Okay jetzt reicht's Ah ja Jetzt reicht's Verwicht Okay Boah ich bin gleich tot Wenn du nicht aufpasst 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 Dann ist alles wieder gut Ja klar Ja klar Ja ja labern wir nicht Hehehehe Ja hehehehe du hast du dein Mädchen Fleisch Hehehehe Da hat dazu dir gesagt Haaa Zum Mädchen Was brauchst du mich? Oh nein Nicht Haa Hast du schon ne? Oh Das heals mich Wo? Naja Ganzríkard Abklingzeit washing Hä Hey aber hier noch nix aber ich würde sagen bevor wir dann durchgehen wenn wir dann gleich die aufnahme aber ich würde mich vorne zum fahrzeug stellen direkt wieder landen wenn es das ja obwohl wenn wir hier landen oder da land ist eigentlich rille oder er wollen hier wieder die ganze nix auftauchen oder lass uns durchgehen dann sind wir auf jeden fall safe dann sind wir drüben aber geht rüber noch sicher ja kommen wir noch rüber mache ich nicht genau und reisen noch oder heilige geist doch die sie da 400 oder 300 tacken groß nicht ohne sonnenschein so update drücken wir mal vielleicht haben sie markierungen für ihre verstärkung hinterlassen oder du folgst einfach den schreien ich guck gerade was hier noch so ist klasse kommando ein schild ein bisschen besser verringert maximal gesundheit würde ich gar nicht erst machen was verkaufen noch ja dass das das abklingt zeit verkaufen wir können jetzt wenigstens reisen und ich habe jetzt mehr dinge auf dem radar von den dlc ist aber wenn wir sagen dann werden wir die aufnahme bis zum news aber nicht bis zum nächsten mal tschüss tschüss